Herzlich Willkommen bei CT Limousineservice. Heute präsentieren wir Ihnen unseren neuen Mercedes VIP Liner. Kommen Sie mal mit, ich zeige Ihnen mal was. Automatische Tische, ideal zum Arbeiten am Laptop. Hochwertige Sitze hier direkt auf dem Captain Seat. Maragoni Holz, wunderbare Farbgebung, tolle Verarbeitung und sehr schöne Lichtreflexe. Hier finden Sie jeden erdenklichen Komfort von der Kaffeemaschine bis hin zum Kühlschrank für Ihre gekühlten Getränke. Auch sehr nützlich, das Rollo. So können wir alle unter uns sein. Egal wie das Wetter ist, ob warm, ob kalt, hervorragende Air Condition sorgt für das richtige Wohlfühlgefühl. Zwei Bildschirme lassen in diesem Fahrzeug keine Wünsche offen. Zu bedienen hier über das Display können wir switchen zwischen dem großen Fernseher und dem rechten hier auf der gegenüberliegenden Seite. Eine Burmester Soundanlage garantiert den perfekten Hörgenuss. Wohlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlfühlf